Hi Freunde, grüße euch. Ich habe ein Zimbad mal für euch aufgeladen. Lassen wir mal hier schön verschiedene Spiele, immer wieder mal ein paar Videos zu zeigen. Was immer so ein bisschen in Vergessenheit gerät, den Zimbad, den sieht man jetzt auch nicht so oft, glaube ich. Was ist der Gewinnplan? Da gibt es die Freegames bei den vier gleichen im Quadrat hier oder bei den Ankern. Schauen wir mal ein paar Minuten zu. Lasst euch von der Kiste da links nicht stören, da bin ich gerade am Geld runterzocken. Weil ich unten 300 Euro Kleingeld drin habe, muss ich verballern. Der läuft einfach nur so mit, da mache ich aber nichts, da haue ich nur die Kohle weg. Ja, das ist jetzt, glaube ich, die vier Sterne hier, ja, die drei Sterne. Ich glaube, die habe ich jetzt schon ohne Schmarr, Leute. Also das ist kein Schmarr. Ich glaube, ich spiele seit ein paar Stunden die Kiste, der geht nicht leer, obwohl ich nicht gedrückt habe. Ich habe jetzt, glaube ich, die drei Sterne zum vierten Mal gehabt, Leute. Das ist echt krass. Das müsste meiner Spielung mal passieren. Aber schauen wir mal hier, ob wir Freegames kriegen. Schön wär's. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Schöne für die Games. Schöne für die Games. Schöne für die Games. Schöne für die Games. an. Bis zum nächsten Mal Freunde, melden, Kommentare dalassen, Spielwünsche. Ja Leute, der Zipper ist reingegangen. Mit 6 freispielen. 6 Pre-Games plus 15 Viles dazu. Schauen wir doch mal, wie geht das? Schauen wir doch mal, wie geht das? Es weiß wie viel kundig Financial. Mehr Felstand. Ja. Es ist ein komپetender Eingader. Euer Christian,���ann. naja ja, das war schon mal jupiker, ne freunde, macht nichts, dann weiterlaufen ja, Trippiki sind wir mal drin, schauen wir mal Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020